So, und damit willkommen zurück zu Tales of Berseria. Wir hatten ja letztes Mal den Kampf gegen den komischen beiden Sack, ich hab seinen Namen vergessen, und sind jetzt im Kelch angekommen. Ich kann halt von überall aus einfach alles verloren. Schelte der Herren. Direkt nochmal, bis wir was Neues haben. Okay, gibt's auf jeden Fall Monster, wie ich da drüben sehe. Velvete, Jan? Ich glaube, es ist gut, nicht wahr? Es ist kein Problem. Ich habe auch schon in der Arbeit gearbeitet. Was? Ich habe auch nicht gewohnt, aber ich habe auch nicht gewohnt, dass ich es nicht gewohnt habe. Ich habe es nicht gewohnt, aber ich habe es nicht gewohnt. So, das ist ja so. Ich habe mich über 100 Euro gebrochen lassen, nicht wahr? Ich bin so, dass man ein Kibblesseh Ifr do, die man umbauen kann, und ich muss es nicht kontrollieren. Also das ist der Fall. Ja, wenn wir ein Kibblesseh aufbauen, dann können wir es aufbauen. So, wenn man Kibblesseh ist, dann ist das Kibblesseh-Busseh-Busseh-Bus. Das ist ein Kibblesseh-Busseh-Busseh-Busseh-Busseh. Das ist nicht so, was ich an das Fieh-Busseh-Busseh. Und, warum soll ich Fieh-Busseh-Busseh-Busseh-Busseh-Busseh-Busseh? Es ist sicherlich, dass man sich in die Hälfte zu sehen kann, dass man eher an der Hälfte zu sehen kann. Hä? Das ist das? Wenn man so sagen kann, dann wird man sich nicht bewusst. Oh, oh, oh. Kann man sehen? Kann man sehen? Kann man nicht sehen? Wenn man nicht bequen kann, dann kann man das Ergebnis nicht bequen. Ich verstehe. Ich verstehe, dass ich die Behandlung auf der Hälfte der Hälfte sehen kann. Untertitelung des ZDF ja okay ich muss halt nicht heilen ich will ja auch hier wieder nichts auslassen dass ich werde jetzt hier oben gleich mal nach rechts abbiegen vorher alles kann es war alle gegner mitgenommen die es auf dieser ebene gibt anscheinend das das hat ordentlich reingeballert magilu ist wieder nicht dabei magilu muss mit in die main auch ein bisschen mehr magic damit schon zwei milis da brauche ich nicht noch ein wieder zu das kacke das viel ist doch ganz bestimmt gleich das mich hat doch kann ich mitnehmen sehr guten elixier ja 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 ich bin einfach zu auf einfach zu viel also zu hohe werte glaube aber es nicht schlimm nehme ich mit so wir haben die beiden küssen können wir nicht mitnehmen da ist was drinnen man kann ja sa du ja 僕と一緒にテレサ様っていう対魔士に刺激されてたんだ あの子が1号で僕は2号 お前の連れかでそのテレサ様とやらが倒されて noraになってしまった 僕はベルベットたちと会えたけど 1号はどこにも行く場所がないと思う 心を押さえつけられた精霊の行き先なんざ ゴーマの胃袋の中くらいだよな それにしても俺が出会うのは子供ばっくりだな こっちはフリーで別品のお姉さんを待ち望んでんのに なんかごめん はははは冗談だってお前クソ真面目だな 安心しろあいつの封じられた心が解放されるまでは俺が面倒を見てやるからよ そのためにも精霊をぶっつぶせないけどね うん ありがとうザビーだ だーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだーだ Oh, da habe ich wohl meine Dings gemisst. Oh, wow. Ha, ha, ha. Die werden hier aber auch alle gerade wecker owned. Holy shit, Rella. Äh, Amphiboschleife, Lebensfähigkeit. Fertschmeyer hat Amphibos-Montur. Akana-Trank. Da hat noch was geblitzert, ne? Das habe ich anscheinend übersehen. Oh, ne, das war einer von diesen, ich sag mal, Lichtpollen, die hier aufsteigen. Oh, ne, 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 ne. Goldklumpen. Nice. Hey, Lifeset, was ist dein Name? Kannst du dir einen Namen für ICHGO? Oh, wenn du dich fragst, dann kann ich auch nicht erinnern. Ich glaube, dass ich einen Namen für ICHGO habe. Ja, ich habe mir einen Namen für VELVET. Ich bin froh. Okay, dann bin ich mir. Wie ist das? Das ist der erste, der erste, der erste. Ich bin froh, dass ich mit ICHGO habe. Ich bin froh. Dann wird es sich um die Schügel der Vögel. Ich bin froh, ich weiß nicht. Ich habe es noch so schön. Ich-chan oder Ich-chü oder Nunch-chan. Was ist denn da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe mich verletzt. Ich denke, ich habe keine Ahnung. Dann... Wie geht es mit Okappa? Eeeh? Was ist es mit Okappa? Das ist... Das ist... Nein. Das ist ziemlich schön. Wenn es nicht so ist, dann mit Okappa... Oh, das ist gut. Das ist gut. Dann ist es... Ich bin der Name von Okappa. Das ist nicht so. Ich habe mich nicht so. Das ist so schön. Ich bin so sehr glücklich. Ich bin so sehr glücklich. Wie ist das? Wie ist das? Das ist das, was ich. Das ist das, was ihr gesagt. Ich habe einen Garten zu sagen. Ich habe einen Garten zu sagen. Ich weiß nicht, was ich? Was ist der Silber? Was ist der Silber? Der Silber ist auch der Kugel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Silber? Ja, cool! Wenn du dein Lieblings-Life-Sett gewonnen hast, dann ist es der Silber für den Silber. Du sagst mir, Herr Fisch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hm. 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 Genau. Ich habe mich selbst selbst. Das ist Aizen. Ich habe das zu einem, Aizen. Ich habe das zu einem, Aizen. Hm. Ich habe mich einfach zu einem, Aizen. Ich habe das zu einem, Aizen. Ah! Hahaha! Amir, als wir uns über die Schmärkungen überlegen, was du gemacht hast? Ich habe mich auf die Knie gezwungen. Ich habe mich nicht gehört, was ich nicht von der Schmärkungen über die Schmärkungen überlegen. Ich glaube, ich habe keine Schmärkungen über die Schmärkungen über die Schmärkungen über die Schmärkungen überlegen. Ich bin sehr gut, dass ich mich sehr gut bin. Das ist so, BF! Wenn man so sagen, diese Leute werden verletzen, dann wird es nicht so schwierig. Ich habe immer noch was, oder? Ich bin... 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 Haha. Das war ja mal richtig, Nett von Velvet, was ist da los?